Hä? What the fuck? Oh my god, please not, please, please, please let this be a dream, oh god Gott bitte, du kannst es auch einfach mal zweimal einsetzen, du kannst auch mal springen mit nem Schild in der Hand, oder? Nö, kann ich nicht, will ich nicht, hab ich kein Bock zu, denn ich bin Tropicola, aus Aricola, nein, natürlich nicht! Hallo und, ey, die Ausholbewegung dieses scheiß fucking fuck bumms kack fuck Schildschildes ist einfach mal verdämmt, 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 verdammt, es ist verdünnt, ah, verdünnte Flitzekacke, toll! Da, oh, toll, danke! Ja, wenn wir 5 brauchen, dann haben wir jetzt genau 5, toll! Es gibt hier kein Geheimnis mehr, gut, hüpf, hüpf, danke! What the? Das ist Stereo Totalmix, MC Master Funk Royale Mix am DJ Pult Endgegner Time! Nix! Shit, 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 shit! Moment! whatibt fuck what fuck oh w h e f oh my god w h f wow w h a f w h OH Ich durfte alles nochmal machen Wollt ihr das sehen? Ich will's nicht sehen Tut mir echt leid Aber sowas ist Bullshit Wenn ich mich hier allein schon wegen sowas aufrege Ne Moment, wir gehen erstmal in Position So Bilibla blubs Kannst jetzt auch wieder nach oben gehen Kannst jetzt auch Bola auswählen Oh Gott, ohpala Wow, oh Gott Pupp Ah shit, ich dachte, er kommt in Oh Gott Wow, what the fuck Es ist wie ein Toho-Spiel Es ist so widerlich Es sind überall Punkte, auf die man achten muss Und man kann auch noch drüber springen Nur im Vergleich zum Toho-Spiel kann ich hier Sachen nicht einfach so abballern Wie das hier Oder schön ausweichen Sondern nein, dank dieser tollen Tollen, tollen, tollen Dank dieser super tollen Oh, er ist tot Und ich bin tot, oder was, weil mich die letzte Weil mich die letzte Bumse erwischt hat Er ist doch tot Er ist ein Geist Herr Bumsgeist! Ey, was ist denn los? Ja gut, dann bleib halt da. Ich mein, ey, mir ist das Glatte. Ich kann auch einfach rüberspringen, dann mach ich so, dann mach ich so, dann mach ich so und dann lass ich mich mal treffen und dann so und dann... Und dann hab ich dich vielleicht getötet oder nicht? Ja, 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 hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Keine, keine, schießt nicht mehr. Hört auf zu schießen. Er ist nämlich tot, er ist tot, er ist tot. Ja, 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 ja. Raus hier aus dieser Scheißgeisterverficken. Nein, 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 ohne mich. Ha, 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 ich hab's gesagt, ohne mich. Ja! Duh, lih, 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 lih. Ha, 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 ja, 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 das ist richtig so. Ja, das ist auch richtig. Und jetzt kommt nochmal irgendein Geist. Das war jetzt kein Endgegner, das war ein Schmentenmägen. What? The? What the? What the? Was, was? Das ist Erfolgsmusik, oder? Das ist doch Erfolg. Das ist doch Erfolg. Das ist gutes Zeichen. Ja, und jetzt ertrinken wir jämmerlich in einer Höhle, weil der Ausgang ist zu. Nein, was passiert jetzt? Wasser, weg. Cool, okay, aha. Und nun, was? Dann teleportiert er sich immer raus. Wow, du hast es geschafft. Ich glaube, damit hätte niemand gerechnet. Nicht mal die Spieleentwickler. Oh, wir speichern jetzt mal deine Daten, weil so weit sind wir selber noch nicht gekommen. Wir haben jetzt aufgehört zu programmieren. Also, hä? Oh, guck mal, der Pond. Ah, ja, der Dingsbums. Ja, der Pond halt. Oh, du findest die Kristallkugel. Natürlich. Moment mal, aber hier im Pond gibt es ein Pond. Hier gibt es nichts. Leckt mich. Alter, das ist, naja. Raus, weg hier. Danke, Geisterstadt war widerlich genug. Ich wurde vor der Geisterstadt gewarnt. Ich wurde in der Mail, ich wurde zweimal gewarnt. Und einer wurde mir gesagt, äh, 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 du kommst bald in die Geisterstadt. Ah, la, 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 ich lach dich aus. Und der anderen Mail stand drin, Funk, wenn du in die Geisterstadt kommst, bitte tu uns allen einen Gefallen, benutze Safestates. Und ich hab's getan. Badam, dam, dam, dam. Jap, 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 bums. Jetzt hier im Schloss, der Weg ist überhaupt nicht zu lang. Nein, es ist genauso kurz wie dieses Spiel. Und, komm, hier, Frau am Feuer. Oh, meine Göttnisskeit, du hast meine Kristallball. Bitte gebe es zurück zu mich. Du gibst es zurück zu ihr. Ich bin zurück im Geschäft. Danke. Ähm, du willst bestimmt Chia-Cola betreten. Willst du nicht? Äh, ich weiß nur, was du brauchst, um es zu tun. Okay, nun warte. Ich gebe dir ein was zum... Du bist, äh, du siehst ganz nett aus. Ein wenig wie ein Mädchen, aber es sollte klappen. Ach nee, du siehst ein wenig dämlich aus. Verkleidet wie ein Mädchen. Übrigens, äh, lass mich dir die Zukunft voraussagen. Oh, in der Kristallkugel kann ich nach vorne schauen. Ähm, riskiere dein Leben und deine Limbo-Stange. Entlimb. Und deine Leber. Und riskiere dein Leben und deine Milz. Eine Brücke über Troubled Water. Bridge over Troubled Water? Hä? Moment. Das ist ein Lied. Egal. Eine Brücke über, ähm, der bewegten, äh, Flut oder so, Wasser. Äh, struggling to escape. Bewegt dich hin und her, um zu flüchten. Oh, irgendwas Böses. Irgendwas Mystisches. Power Rangers. Von einem Stern. Feit weit entfernt. Weit entfernt. Ich bin sicher, dass diese Power Rangers, äh, irgendwas kontrollieren. Die Monster in der Tiefe. Oh, irgendwelche Omen von einem Disaster. Ich, äh, kann lieber nicht weitermachen. Oh mein, oh mein. Ähm, die Zukunft, äh, Nettigkeiten sind für Tapfere. Also, bitte nimm's mir nicht übel. Nun, äh, geh in Schicola. Ja. Als Mr. Transe. Wie krank ist das denn? Hallo, Mrs. Kriegerin. Ich bin Mrs. Transe. Kann ich ihr Schwert bitte in mich hinein, in meine Scheide zurückstecken? Aha. Es hat sogar Sinn ergeben. Oh, du musst von Radicola kommen. Du kannst natürlich eintreten. Ja, ich komm aus Radieschenstadt. Ja. Genau. Jetzt. Äh, überhaupt nicht übertrieben groß. Oh Gott. Ich bin einfach... Achso, jetzt sind ja alles Frauen. Ja, ich bin ein Kräger von Schicola. Gut, bis halt. Ja, hallo, hallo, hallo. Ja, ja, ja. Wir sind ganz schön, äh, geschäftig hier mit Trainieren. Bitte nicht, äh, stören. Uns tun du. Und ihr... Was macht ihr? Achso, ihr stemmt Gewichte. Okay. Oh, Training und mehr Training. Ich bin müde. Äh, ne, ne. Die Musik ist nicht... Äh, sag mal, wenn ich jetzt auch in den Mädchenkostüm in den nächsten Dungeon gehe, bin ich dann auch ein Mädchen? Das wär geil. Mädchen ersaufen sieht man die Titeln durch die... Äh. Ich bin eine Krägerin von Schicola. Bist du ein Neuling von Herkula? Was? Schicola? Achso, Herkula. Aber Herkula, da leben dann bestimmt... Ne, auch, hör. Es ist ihre. Ja, komisch. Ne, das ist die Treppe nach oben, da will ich noch nicht hin. Ich will halt mal... Hier kann ich nicht weiter. Gut, ich möchte die Treppe nach oben nehmen. Dann, dem... Grafiker gefällt mir nicht wirklich. Also, ne, es ist entweder das eine oder das andere, aber... What the fuck bist du denn hässliches? Breitmaulfroschgesicht. Bleh. Ich bin die Königin von Schicola. Ich höre ein Kampf erschienen am Geisterstadt. Ha, ha. Du, alle Geister, tot in der Geisterstadt. Oh, du bist ein Superfrau. Was ist dein Name sein? Du antwortest. Michael? Mich, Michelle. Ach so, du... Also, deine Antwort. Ähm, Michael. Äh, mich, 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 mich ist mein Name. Äh, äh, mich, äh, oh, guter Name, ich mag dich. Äh, weil, warum du nicht, äh, uns, äh, beitreten? Hä? Du sagst, du musst, äh, besuchen einen, äh, Eremiten auf irgendeinem Berg. Oh, naja, ich werde dich vermissen. Und meine Schlippi-Sammlung auch. Du rettest Zeit, wenn du redest mit unserem, äh, Anführer-Krieger zuerst. Okay, aber überhaupt, Michael, du, deine Stimme ist sehr stark. Es ist wie ein Mann, naja. Hm, du, äh, äh, ja, ich sehe, ähm, äh, ich habe Schnupfen. Oh, Michael, du bist sehr lustig. Jo, jo, äh, 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 achso, you have a was? Jo, jo, du bist funny, ey, jo. Oh, Michael, du hast ein lustig Jojo. Hast du nicht? Ich gebe dir ein Powervoll-Jojo. Karl, äh, Sternschnuppe. Was? Ich kriege eine neue Waffe. Was? 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 Ein Morgenstern? What the fuck? Hör, du, du brauchst mehr als sechs rote Herzen, äh, sechs Herzen, um, äh, ein Morgenstern zu benutzen. Also, tschüss, Michael. Ja, ich habe aber sieben Herzen. Äh, hä, hä, hä. Ja, ja. Oh mein Gott. Ich habe einen Morgenstern? Ich meine, ich habe einen Morgenstern. Gehen wir hier rein, komm. Wir sind, äh, aber ich soll doch erst hier mit irgendjemandem reden. Mit dem Chef. Mit dem Anführer. Mit dem Bit. Ah. Ja, ich bin die Anführer. Ach nee, die hat er anderswo. Ja, ich bin die Anführerkriegerin. Ja, äh, willst du nach Westen reisen? Ah, hör zu. Also, äh, schrei einfach Abra-Abra-Abra-Abra-Abra-Abra und springe zehnmal im Tunnel, am des Tunnels Ende. Okay. Aber Abra-Kadabra. Ach nee, A-B-A-B-A-B. Moment. Moment, ich gucke jetzt nur mal. Bla, bla, bla. Du möchtest noch wissen? A-B-A-A-A-B-A. Eventuell hat es was damit zu tun, ich weiß es nicht. Äh, kann es sein? Weil ich habe ja die A-B-Tasten. Also. A-B-A-A-A-B-A. Oh Gott. A-B-A-A-A-B-A. A-B-A-B-A. Okay, merken wir uns. A-B-A-B-A.